hey leute ich bin und heute habe ich mir gesagt ich zeige euch mal einen tag in meinem leben habe das video bei lukas gesehen und das wollte ich jetzt auch machen und ja heute geht in die schule gleich und ist jetzt 7 uhr aufgestanden und dafür übrigens auch mein ungekuschelte kissen und ab bekomme ich von lukas auch der niederkissen aber auch umgespielt voll cool und hier ist noch mein spongebob und jetzt stehe ich gleich auf und gehe frühstücken und hier sind übrigens meine beiden lieblingspulli die habe ich von lukas zum geburtstag bekommen einmal der roten der nieder einmal der blaue der nieder voll cool und hier ist noch meine lieblingskappe die trage ich voll gerne und ich mach mich jetzt mal fertig und dann bis gleich so leute und jetzt zeige ich euch nochmal lukas zimmer weil das bekomme ich bald das ist voll cool lukas hat seine eigene wohnung und hier ist lukas als zimmer das bekomme ich bald und jetzt würde ich sagen wir gehen frühstücken hallo mami hallo und hallo papi hallo ich tue heute übrigens meinen tag einen tag in meinem leben film weil hat lukas auch gemacht und das finde ich voll cool so freunde und immer morgens ist mein lieblingspulli das heißt leo chrisp das ist voll lecker weil es sind so löwen und soko und haben jetzt ein bisschen rein gemacht so und das ist immer morgens und das schmeckt voll lecker mit milch und ja ausnahmsweise ok dann können wir so leute und ja ich trinke immer die von siri david weil der ist voll lecker das ist candy shop und ist voll süß und normalerweise darf ich nur nachmittags nach dem mittagessen trinken aber für das video heute hat man mir erlaubt danke mami und ja jetzt erst mal frühstück und wir sehen uns gleich so ich habe zähne geputzt und jetzt frage ich meine mami ob ich nochmal brotzer spielen kann eine runde okay danke so ich glaube ich würde sagen wir starten die runde einmal so da und ich bin schon viel besser geworden nein was warum okay tschüss ich fahrt zur schule aber finde und denk an deinen neuen helm aber ich will nicht selbst tragen doch sicherheit geht vor zieh deinen neuen helm heute an okay papa so freund ich bin jetzt gerade auf dem weg zur schule und ich wollte euch noch mal mein fahrrad kurz zeigen dass sie voll cool aus habe so ein dirtbike von meinen eltern bekommen und gleich bin ich dann in der schule in der schule kann ich nicht filmen ich muss da mein handy abgeben aber danach sehen wir uns wieder so leute und jetzt schule vorbei bin jetzt hause im so 13 uhr oder so und ja jetzt kann ich endlich wieder boah das spielen und ich wollte heute noch mal zu lukas gehen und ja auf jeden fall hier liegt so ein zettel von mami hi finn muss heute länger arbeiten hol dir bitte was von mac ist ja burger pommes das freut mich voll so freunde und jetzt habe ich mir mein happy meal gekauft und hier bei mcdonalds war ich und hier sind noch so autos von mcdonalds und jetzt fahr ich dann mit dem fahrrad nach haus und essen mein happy meal so leute findet ihr zu hause habt hier mein happy meal und cola und so eine bio apfel tüte und hier ist eine überraschung auch drin habe ich gehört in dem menü und oh jetzt haben wir erstmal hier pommes voll lecker oh was ist das machen wir mal auf machen wir mal auf oh oh das ist super super köln oder so und hier haben wir noch cheeseburger mein lieblingsburger bei mcdonalds cheeseburger und ich liebe barbecue sauce zu pommes und ich würde sagen jetzt esse erstmal burger pommes so freunde jetzt wie noch ein bisschen brawl stars mein lieblingsboller edgar ins showdown und gleich will ich noch ein bisschen youtube videos gucken und dann muss gleich mein vater fragen ob ich mit seinem ipad gucken kann weil es voll cool mit ipad zu gucken und ich ja jetzt werde ich bestimmt erster heute morgen war nicht so gut die runde aber jetzt habe ich bestimmt weil edgar mein lieblingsboller so nur noch die boxerin die da oben und ja oh ja ich bin platz 1 ich bin voll gut geworden ich habe schon mit edgar 217 pokale und das ist nur mein zweiter count und ja jetzt frage ich mal papa ob ich es im youtube video gucken kann so ich frage jetzt meinen papa papa ja kann ich mit deinem ipad youtube videos gucken ja danke papa bitte so und jetzt gucke ich viele youtube viele ballstars oha das ist einfach die baller unsichtbar das ist voll komisch und jetzt gucke ich noch video von kevin kevin ist auch voll cool er macht voll coole videos so oh mein gott ich habe 10 verbleibende video gefunden 5 blink das ist von krumme gurke ballstars oh colette hat der noch einen baller oh peter wow der hat 10 verbleibende guck mal was 10 verbleibende ich will es auch mal schaffen ja und jetzt habe ich ballstars gespielt und youtube geguckt und jetzt muss leider noch hausaufgaben machen und ja ich habe mathe hausaufgaben ich hasse mathe aber egal und ja so sieht das hier so aus ich habe ein paar aufgaben gerecht ich bin aber voll schlecht in mathe oh hallo finn was machst du da was hättest du da hallo lukas ähm ja ich mache einen tag im leben von von finn von mir weil das hast du auch gemacht oha voll coole idee ok ja und kannst du deinen ballstars account zeigen für mein video ja kann ich es machen aber ich gehe erstmal zum tisch oder ok so finn hier ist einfach mal mein account kannst du mal schauen oha alter du hast ja voll viele voll coole baller und die sind voll hoch und das neue baller mac die mich auch unbedingt haben ja und finn wie willst du das video dann online bringen oder wer schneidet das denn dann ja ich habe schon voll viele coole sachen aufgenommen wie ich aufgestanden bin wie ich zur schule gegangen bin und happy mir gegessen habe und ich dachte dass ali das auch cutten kann dein cutter ja ok das ist cool ja ich kann gerne mal ali fragen ob er das video schneidet ok danke lukas es wäre voll cool wenn ali das video auch cutten könnte so es ist jetzt 21 uhr ähm eben war lukas noch da ich habe ein bisschen ballstars mit ihm gespielt und ich bin jetzt voll müde meine mama hat gesagt ich muss immer um 21 uhr ins bett gehen und ja deswegen jetzt noch mein ungekissen und ich würde sagen ich mache das licht aus und ich hoffe ihr habt video gefeiert unbedingt ein like da lassen und ja tschüss gute nacht tschüss 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 tschüss